Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt von mir, aber das kommt halt nur zustande, wenn ihr das haben wollt. Also jetzt schon mal direkt am Anfang, schreibt mir in die Kommentare, ob das weitergehen soll oder nicht. Und zwar, es handelt sich um FIFA, wie ihr schon seht, um die Web App. Und genau, ich wollte mir ja schon länger mal Reus kaufen und deswegen dachte ich mir jetzt, machst du einfach mal ein Let's Trade to Reus, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr nämlich meine Trading Methoden sehen und ich stelle euch die vor, ich kann euch mal zeigen, was ich jetzt auf der Transferliste habe. Da seht ihr hier so ein Silberspieler aus dem Geschenkpack von der Web App, dann Samuel, ein Informspieler, den habe ich für 10.200 Münzen gekauft und biete ihn jetzt mal für 10.750 Startpreis und 11.500 Sofortkauf an. Ich habe gesehen, der ist auch noch wesentlich teurer, also kann ich mir gut vorstellen, dass der dafür weg geht. Sonst stelle ich den halt nochmal für 3 Stunden oder so rein. Und ja, dann Verträge, da habe ich eine ganz gute Taktik, wie ihr da auch schön Gewinn machen könnt. Dann einmal Remi und so Co. Und noch Verträge. Verträge und Silberspieler sind auch eine super Taktik. Ist nicht immer die leichteste, aber wenn man die dann raus hat, dann kriegt man da richtig gut Gewinn. Hier den habe ich zum Beispiel irgendwie für 3.000 Münzen gekauft und der ist eigentlich 4.000 wert. Also da seht ihr schon, da habe ich auch direkt für 4.000 Sofortkauf angeboten und für einen Tag bin ich mal gespannt, ob der noch weg geht. Ja, auf jeden Fall erhoffe ich mir von ihm hier einen schicken Gewinn von 1.000 Münzen, also mehr als 1.000 Münzen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich so trade, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare dieses kleinen Infovideos schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann mal, wenn ihr das sehen wollt, beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut Leute, haut rein, tschö.